Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Wetterthema, sehr warm, aber nicht beständig. In den letzten Wochen erlebte Deutschland eine außergewöhnliche Wetterlage, die viele überraschte und zum Umdenken zwang. Die Temperaturen stiegen vielerorts auf über 30 Grad Celsius, was besonders in den nördlichen und östlichen Regionen selten ist. Die Meteorologen sprechen von sehr warmen Verhältnissen, wie sie normalerweise erst im Hochsommer auftreten. Jedoch ist dieses warme Wetter alles andere als beständig. Laut dem Deutschen Wetterdienst DWD wechseln sich heiße Phasen mit Unwettern ab, die für starke Abkühlungen sorgen. Dies führt nicht nur zu schwankenden Temperaturen, sondern auch zu einer hohen Belastung für Mensch und Natur. Beispielsweise wurden in Bayern und Baden-Württemberg innerhalb eines Tages Temperaturschwankungen von bis zu 15 Grad gemessen. Die Ursache für dieses ungewöhnliche Wetterereignis liegt hauptsächlich an den Luftströmungen aus dem Süden Europas, die warme Luftmassen nach Deutschland bringen. Diese warme Luft trägt jedoch auch Feuchtigkeit mit sich, was die Bildung von Gewittern begünstigt. Die schwüle Hitze führt zu einer instabilen Atmosphäre, die in heftigen Unwettern enden kann. Die aktuelle Situation ist sehr kritisch, betont DWD-Sprecherin Claudia Kleinert. Derzeit haben wir es mit sehr energiereichen Wetterlagen zu tun, die lokal starke Auswirkungen haben können. Schäden durch Unwetter Die instabilen Wetterbedingungen haben bereits zu erheblichen Schäden geführt. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen fielen innerhalb weniger Stunden Regenmengen, die normalerweise über einen Monat verteilt auftreten. Dies führte zu Sturzfluten und Überschwemmungen. Der Deutsche Feuerwehrverband berichtet von Hunderten von Einsätzen, die erforderlich waren, um Keller auszupumpen und Straßen freizuräumen. Landwirtschaftliche Flächen wurden überschwemmt und Ernten zerstört, was die Bauern vor große finanzielle Herausforderungen stellt. Auch der Verkehr war stark beeinträchtigt. Flugverbindungen mussten gestrichen werden, Züge fielen aus und zahlreiche Straßen wurden gesperrt. Besonders betroffen war der Flughafen Frankfurt, wo mehrere Flüge wegen heftiger Gewitter ausfielen. Solche Unwetter sind keine Seltenheit mehr. Wir müssen uns darauf einstellen, dass extreme Wetterereignisse zunehmen, so Meteorologe Sven Plöger. Gesundheitliche Auswirkungen Die hohen Temperaturen stellen auch eine gesundheitliche Belastung dar. In Spesunder, older people and individuals with pre-existing conditions are at risk. Hospitals are seeing an increased number of patients with heatstrokes and circulatory problems. We advise all citizens to pay particular attention to adequate fluid intake and to avoid physical exertion in the sun, recommends Dr. Melanie Hansen from the Robert Koch Institute. In addition, there is also psychological stress due to the extreme weather conditions. Viele Menschen klagen über Schlafprobleme, Gereiztheit und Unwohlsein. Einige Psychologen sprechen bereits von Wetterstress, einem Zustand der Anpassungsschwierigkeiten an abrupt wechselnde Wetterlagen. Ausblick und Vorbereitung Die Meteorologen erwarten, dass die derzeitige Wetterlage in den kommenden Wochen anhalten wird. Obwohl kurzfristige Abkühlungen durch Unwetter möglich sind, ist keine grundlegende Änderung des warmen Wetters in naher Zukunft zu erwarten. Wir befinden uns am Anfang einer Phase, die von Klimaveränderungen geprägt ist. Solche Wetterextreme werden durch den Klimawandel wahrscheinlicher und intensiver, erklärt Dr. Carsten Schwanke vom Klimaforschungsinstitut Potsdam. Es ist wichtig, sich rechtzeitig auf solche Wetterextreme vorzubereiten. Schutzmaßnahmen wie das Anlegen von Rückhaltebecken können helfen, Überschwemmungen zu verhindern. Städte und Gemeinden sollten ihre Infrastruktur entsprechend anpassen und Frühwarnsysteme verbessern. Privatpersonen sollten ebenfalls Maßnahmen ergreifen, um besser mit extremen Wetterlagen umzugehen. Neben der Anpassung des Tagesrhythmus und der Vorsorge in Form von ausreichender Flüssigkeitszufuhr und Schattenplätzen gehört auch das technische Ausrüsten von Wohnungen mit Klimageräten oder Belüftungssystemen zu den empfohlenen Maßnahmen. Zusammengefasst zeigt sich, dass die sehr warmen Temperaturen in Deutschland eine Herausforderung darstellen, die durch wetterbedingte Unbeständigkeiten noch verstärkt wird. Ein direkter Zusammenhang mit dem Klimawandel ist durch verschiedene Quellen bestätigt und das notwendige Handeln wird immer dringlicher. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.